Was geht ab und heute ist eine Noob vs. Pro Challenge und ich bin der Pro und das hier ist unser Haus. Und Omega Bonny, ich bin der Pro, ich muss erstmal in mein Haus rein. Und falls euch diese Serie gefällt, können wir gerne nochmal Videos machen. Oh, ich muss erstmal in meine Villa hier rein. Ja, und ich habe auf jeden Fall das Noob ausgebaut. Ja, und Season 8 ist rausgekommen, Leute. Hallo, das ist nicht dein Kanal. Das ist nicht dein Kanal. Heute gucken wir mal Flam... Ach nee, ich habe keine Flamme. Boah, du hättest da dann einfach ein Gemälde gemacht. In der Küche, das wäre eigentlich ganz schön hier. Okay, heute kommt nämlich eine Zombie-Apokalypse. Wir müssen gut ausgerüstet sein. Oh nein, Leute, der Zeitpunkt ist willkommen. Die Zombies in der Apokalypse. Leute, oh nein, die Zombies sind ja ultra stark. Aber wir sind ein Pro, wir müssen... Au, die können mich durch die Tür schlagen. Was kann ich tun, Leute? Was kann ich tun? Nein, ich will die nicht kaputt. Der Zombie macht die Tür kaputt, Leute. Seht ihr das? Nein, Leute, die Zombies, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warte. Ich muss eben alle Zombies killen. Geht, nein, ihr dürft hier nicht rein. Geht weg. Haut ab. Nein, was hat der denn mit der Staufel? Der hat die Schaufel, Leute. Nein, wie viele? Oh, den habe ich da einfach runtergeschaut. Oh! Leute. Die Zombies sind noch immer da. Oder? Alle sind in der Mauer. Wo sind die? Vielleicht sind so... Die reißen meine ganze Bude nieder. Es wird gleich Zeit für die Bombe. Oh nein, da ist einer. So ein Arschloch mit zwei Beinen. Okay, sorry, Leute, dass ich solche Wörter benutze. Nee. Ja, ich schnecke mal. Ja, Marc, sei mal nicht so dumm. Ja, Marc hat selber ein Zombies geschwitzt. Hallo, nein, ich will jetzt nicht, dass einer nach oben kommt. Das ist mein Haus. Okay, Leute, wir müssen das tun. Aber diesmal müssen wir etwas weiter weg sein. Da können uns die nämlich nicht graten. Gratet mich doch. Hallo. Hallo. Gratet mich doch, du. Du. Nein, nein. Manu, bin ich so schlecht, Leute. Ich werde immer da gespawnt, wo ich sterbe, Leute. Auf jeden Fall Omega Bonnie. Okay. Okay, Leute, und das sind viele. Ich musste das tun. Marc aber dann gleich auf noch die Challenge. Warte, das ist ein Baby. Oh, das arme Baby wurde in eine Zombie verwandelt. Oh mein Gott. Leute, 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 Leute. Ja, aber Marc, wann ich dran bin, ne, dann, äh. Okay, Leute, wir müssen dieses schlagen. Hau ab. Der hat einfach viel Leben. Ich attackiere die von unten. Gibt es noch mehr? Oder haben wir es geschafft? Oh, nee, da hinten noch. Das ist die Frage, Leute. Komm, rate mich doch. Hier, ess mal dein eigenes Fleisch auf. Dumme Franziska. Hallo, Junge, der ist stark. Leute, der Zombie ist richtig stark. Sorry, dass meine Mutter hier lang bleibt. Ja, sorry, dass ich hier wohne und dass ich hier auch schon mal laufen muss. Okay, Leute. Ach so, du bist schon wieder am Filmen. Ich baue gerade, also, Leute, wir haben es geschafft. Die Zombies sind tot. Ja, und jetzt gleich kommt auch bei mir der Zombie ab. Liebste, ne? Das war cool. Okay, Leute, wir werden uns jetzt langsam in den Schlafen. Hier ist sogar noch ekelhaftes Fleisch. Ja, und? Auf jeden Fall werden wir jetzt für einen Schlafen. Nein.